so das dann ist halt nur noch diese krallknacker krall und maukratzer heilerdingsbums und die silberpfote er tut der verrückte ja gut wo auch immer das sein soll genau die richtung die ich gucke wo bist du gerade beim schrott ok hier laufen oder bäume lang und ich sehe so mauheiler und eine pflanze die mich anspuckt das ist eine mondblume die pflückt gerne monde ist halt nur die frage dahin hast du den erfolg bei rache eines flüchtlings aufbekommen da bin ich noch gar nicht nee sollte nur mal rechts an der seite gucken weil ich hab jetzt zwei umgehauen das müsste bei dir ein stubbo zu sehen sein ja zwei das ist kein gültiges ziel äh wo sind die anderen oh guck mal hier ist immer so ein hässlicher baum halte durch der kennt es nicht sooo zwei von zwei zwei von zwei da oben ist so ein krallknacker die sind alle voll scheiße och ne ich find die leicht ja deswegen ja aber hier warte mal die sind die sind die sind es hat keinen sinn mehr och ne es greift mich auch an ja was greift dich an den knabbe hahaha das ist kein gültiges ziel das ist kein gültiges ziel äh erduzdings ok und so ein heiler so wir bräuchten noch so eine silberpfote verstehe ich nicht aber egal äh kristallknacker knacke ja silberpfote und ja so erdut was erdut erdut das das hab ich schon das ist das falsche ziel das hab ich halt nicht mehr ich brauch halt nur noch die silberpfote ich halt ne ich halt also ne ne den erdut hab ich wohl irgendwo hier hinten gekriegt wo ich grad bin schön oh hi da ist er aber ich such gerade hier dir's mit der silberpfote wird schon irgendwie passen das ey wer hat mich jetzt angegriffen das ist das falsche ziel ja wo kann man zu finden keine ahnung ne das wird dir ja angezeigt wenn du aufs suchen gehst Na dann mach mal nicht so schnell, ich renne jetzt einfach mal hinterher, wenn die mich nicht gerade anhitten würden. Leul, äh, ja, gut. Ich muss halt einfach zum D-Level ein Fall gehen, das war alles. Ich hab nun einen Grauenpfeil. Oder so. Ah, hier, guck, Silberfrut. Hä, was, wie? Hier ist Silberfrut. Ach da. Silberfrutchen. Silberfrutchen ist auch da. Ist das nicht schön? Oh, lol, bin ich langsam. Aber ich hab's gut geschrieben bekommen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewegt. Ist das nicht schön? Och komm schon, ey. Dieser, dieses Drecksvieh hier. Ach, der kräftig ist. Ja, geh du schön weg, ja. Ja, ich konnte nur mein Vieh auswählen, aber wegen dem hinten. So, weißt du was? Was, okay. Du willst ins Flüchtlingsflaggen, oder? Oh, ja, ich kann das nicht auswählen, doch jetzt. Hehehe. Hehehe. Du, 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 du. Sind B war auf unserer Seite? Nö. Äh, das da. Dann war der Perversling, der ist hier nicht mehr aktiv. Äh, hier ist was. Sind wir in Sicherheit? Jo. Sind wir in Sicherheit? Und dann war da hinten irgendwo noch eins, der mich nicht alles täuscht. Inventor. Hä, wo muss ich denn die hartnäckige Balur-Quest abgeben? Habe ich gerade auch keinen Plan. Äh, ach, da hinten. Ne, warte mal, das bist doch du da hinten. Hä? Oh, ja, ich weiss, wo. Oh, ja, ich weiss, wo. Ne, ne, ich will das Schwert haben. Asphalumbra. Gesundheit. Freut mich, euch kennenzulernen. Äh, du siehst mich ja dann bestimmt auf der Map, da kannst du dich hin-tippen. Kann ich? Äh, da musst du dir eh eine Quest abgeben. Easy. Und ich hab die Sarah entdeckt. Das ist das falsche Ziel. Du musst halt zweiköpfige Wölfe hier umhauen. Hahaha. Oh. Nice. Nesse, wie find's das? Egal. Wieviel braucht man von den Fischern überhaupt? Fünf. Und von den Dingern da auch fünf. Okay. Der giftete Fungi. Und je kasselt das da, bitte. Na? Ja, ja. Ich nicht auch. Also ich töte als erstes zweiköpfige Wölfe, denn es macht Spaß. Ein Wildbummler. Was? Wildbummler. Äh, äh, Murmler. Äh, äh, ja, Gesundheit. Ach so. So. Kriegst du die Erfolge eigentlich auch, wenn ich die umhaue? Ja. Das ist schön. Okay. Denn ich hab jetzt so fünf Wölfe geklatscht. Ich geh jetzt an die Murmler. Ach so. Ne, ich glaub die, 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 die... Wölfe nicht. Ne, die, die, die... Ne? Okay. So, da ist noch so ein Murmler. Ah. Hier ist noch einer. Und noch einen. So, unvergiftete Fungis. Ich gebe erstmal die Quest ab. Hier, Wache, ich bringe euch Tiere mit. Tötet sie. Wie die Wache halt einfach nicht machen. Ah, flöcher. Äh, ist, das ist doch... B, du kommst zu mir. Nein, ich möchte dich nicht töten, ja? Und ganz, ganz nett möchte ich sein. Aber wenn du mir jetzt nahe kommst, dann muss ich dich leider töten. Äh, ja, töte erst bevor es Eier legt. Und da unten ist die goldene Quest. Ich glaube, wollen wir alle blauen Quests machen? Weil von der einen entfernen wir uns immer weiter. Die dort beim, äh, Geisterwaldportal ist. Weiß, ob ich das weiß. Ach Gott, das andere ist da oben, ja. Wie komm ich denn da hoch? Einen Sochelstein. Ja, ne, dann, ähm, lass uns erst... Die, 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 die... Goldene Quest machen? Goldene, ich mach' ja. Okay. Wir können ja die blauen alle annehmen und die kann man ja zur Nord-Ost-Screen irgendwann mal machen. Oder ich. Wenn ich Lust und Laune hab' oder, wenn Melvin mal soweit ist, das war's mit dem Zusammenhang. Oder so. Aber ich nehm' die halt trotzdem schon alle an. Was wollt ihr? Oh, warte mal, ich hab' wieder... Hier, neue Skills. So. Ja, ich auch, aber... Bin zum Explodieren, Schatten-Ellusion. Kreuz-Schnitt. Oh, Stufe 50, äh, Fortschritt. Drana, der Rohstoff der Balua.